Hochwertige Spezialreiniger, die stark zu Schmutz und Flecken und sanft zu Material und Umwelt sind. Das ist Mellerut. Über 200 Spezialreiniger und Pflegemittel für Haus, Garten, Garage, Werkstatt und Karawan bietet das Mellerut-Sortiment. Sie alle werden in Brüggen am Niederrhein entwickelt und hergestellt. Dort wird jedes Produkt auf Herz und Nieren getestet. So lange bis alles stimmt. Qualität, Sicherheit, Nachhaltigkeit. Und die starke Mellerut-Wirkung. Die Grundreinigung ist das A und O bei der Fußbodenreinigung. Wasserschmutz, alte Wachsschichten, Fettfilm und Zementschleier. All das setzt Fliesen und Natursteinen zu. Damit die Böden ihren Glanz und ihre Farbintensität lange behalten, bietet das Mellerut-Sortiment hochwirksame Spezialisten, die gründlich reinigen und lange schützen. Zur Basisausstattung gehören diese fünf. Am Anfang jeder Bodenpflege steht die Grundreinigung. Hier hilft der Mellerut-Grundreiniger intensiv. Er dringt tief in die Poren ein und entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen. Ob von Fliesen, Beton, PVC oder lackiertem Holz. Den Reiniger bei polierten Böden verdünnt, ansonsten pur auftragen, einwirken lassen und mit Wasser nachwischen. Bei hartnäckigen Rückständen mit einem Schrubber nacharbeiten und schon ist der Boden so sauber wie neu. Sind die Fugen unansehnlich, lässt sich die Grundreinigung durch den Mellerut-Fugenreiniger ergänzen. Der entfernt Verkrustungen, Fettspritzer und alte Pflegefilme, ohne das Fugenmaterial anzugreifen. Einfach aufsprühen, kurz einwirken lassen und mit einer Bürste nacharbeiten. Die Bürste dabei häufig mit Wasser ausspülen, sodass Wände und Böden im Nu wieder aussehen wie frisch verfugt. Damit sie lange so schön bleiben, nach der Reinigung die Fugenimprägnierung nicht vergessen. Die schützt die Fugen vor Fettflecken, Nässe und unschönen Kalkablagerungen. Auf die Fugen auftragen. Begehbar nach drei Stunden. Volle Wirksamkeit nach 24 bis 48 Stunden. Ist bereits beim Verlegen Zementschleier entstanden oder sind Zementreste angetrocknet, kommt der Mellerut-Zementschleierentferner zum Einsatz. Nach dem Ausfugen bildet sich häufig ein Grauschleier, der sich jedem Haushaltsreiniger widersetzt. Hier hilft Mellerut. Säure unempfindliche Oberflächen wässern, Entferner pur oder verdünnt auftragen und kurz einwirken lassen. Dann mit einer harten Bürste Grauschleier entfernen und mit viel Wasser nachspülen, bis die Farben strahlen und alles sauber ist. Für dauerhaften Langzeitschutz sorgt die Beton-, Pflaster- und Plattenimprägnierung. Dazu den farblosen Schutz mit einem Roller oder Pinsel auf Pflaster-, Gehweg- oder Terrassenplatten auftragen und trocknen lassen. Begehbar ist die Fläche sofort nach der Trocknung. Den vollen Schutz hat sie nach 24 Stunden. Ihre hochwertige und farbintensive Optik behält sie dank Mellerut über viele Jahre. So gepflegt und geschützt bleibt das Zuhause ein Ort, an dem man lange seine Freude hat und sich alle wohlfühlen. Mehr Infos zu Mellerut gibt's im Internet unter www.mellerut.de